Und damit blicken wir an diesem Donnerstagmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Sie beruhen auch darauf, dass allein in der vergangenen Woche mehr als eine Million Menschen auf das Virus getestet wurden. 1,19 Prozent der Tests fiel positiv aus. In den vergangenen 24 Stunden gab es laut Robert-Koch-Institut 2.143 positive Ergebnisse. Rund 21.100 Menschen sind derzeit hierzulande infizit. Die Zahl der Toten ist um 19 auf 9.409 angestiegen und der Reproduktionsfaktor liegt bei 0,79.